yo herzlich willkommen liebe zuschauer zu einem neuen video auf meinem kanal ja was in den nächsten videos folgen wird das sind overwatch matches die mein kollege und ich erspielt haben nichts besonderes jetzt gameplay technisch oder so ich habe einfach mal die das aufnahmeprogramm ein bisschen laufen lassen und wollte euch das nicht vorenthalten wundert euch auch bitte nicht über die vergleichsweise schlechte audio qualität denn ich habe die aufnahme nicht mit meinem mikrofon gemacht sondern ganz normal mit dem headset klingt also ein bisschen oldschool ich hoffe das ist kein problem und wie gesagt die nächsten paar folgen also overwatch viel spaß leute was ist so deine lieblings helden zum gewinnen spiele ich hier den da immer zum gewinnen der herr hat und das passt ja es passt nein ich neber ever play hanzo doch hanzo ist worst champ ever hanzo ist best champ ever für mich nein nein hanzo sagt mehr bolz als alle anderen ja aber er sagt so lange bolz bis sie in die gegner hat mir mit der erste krepiert ich hab auch gar nicht verdammt du scheiße Team Redleaf eliminiert Autsch Ich muss den Aim erstmal wieder üben, weil ich schon länger nicht mehr gezockt habe, aber... ... geht rucki zucki Oh, ich bin tot Ist das ein Ranked? Autsch Nein, das ist ja mal nur 3 gegen 3, das wird noch nicht mehr gewertet Okay Ach, sozusagen, ähm... ... nur einmal stehst, bist du raus Jaja, genau Okay Sag das doch, da nehme ich natürlich einen anderen Also, Hansu macht mir halt Bock, aber ich weiß, dass er jetzt nicht so... also ich zumindest bin ich so... Es gibt aber auch Leute, die gehen richtig auf Team 4 Ja, das gibt's schon immer, aber... ... sonst ist Hansu eigentlich worst champ ever Also zumindest 3 gegen 3 auf jeden Fall Ich will entscheiden ... krass professionell an die Sache und ich denke nur so... ... Scheiße, wo bin ich hier? Scheiße, ich bin gestorben Oh man, wie viel sind gegen mich? Zwei, oh man... Nein, aber der Genji ist fast tot Und haben die einen Healer noch? Nein, haben die nicht Das heißt, in Genji kannst du easy killen Der, der Heftigste wird halt nur der Underworld Oh Ja, das hätte am besten nicht passiert sein Ja Ich versuchte abzuwenden, indem ich nach links hinter die Wand gehen wollte, aber super Ja, das ist irgendwie kräftig Ich versuchte abzuwenden, denn schieße Ja, ich versuchte abzuwenden krassig Da ist die E仁eria dont ich krassig Warum schießt denn damit? Nein! Du bist Nost Ich habe jetzt geschwöre und ich bekomme Ja, ich habe die N-G Ja, ich habe die N-G Das ist ein richtiger Shooter gegen den Pius. Fuck. Oh shit. Ich wollt grad Ulti machen und die wegnetzen. Verdammt. Ja. Ja, wir müssen erstmal reinkommen. Genau. Heimat des Spiels. Ach, der kann nicht. Tja, das war eine schnelle Niederlage. Zorcha. Zorcha ist immer so. Zorcha ist nice. Ich mag Zorcha. Eins. Los. Sie sind alle auf der anderen Seite. Aufpassen. Komm von oben. Feuchtes Anare jetzt. Das ist gut. Boom. So. Und der ist gut. Schwalter tot. Böck rasiert. Falle. Rasiert. Punktbestand. Eins. Zu null. Ja. Zwei. Eins. Los. Komm run. Oh. Oh. Ich hab die geschluckt. Oh. Oh. Ich hab die geschluckt. Nice, bro. Nice. Scheiße. Nice. Jetzt hab ich rasiert. Punktbestand. Zwei. Zwei. Null. Gegen den Strich. Gegen den Strich. Ohne Hasiergel. Mit Brennnesseln. Mit Brennnesseln. Oh nehmlich. Ich muss äußern, wie schon... Alles zu Platz. 3 2 1 Lust. Matchpunkt. Ich muss auch so close zu brace machen. Es ist doch böse Wusch. Warm Junge. Alter, das war ein richtiger Skill-Shop, ey. Hab ich Doppelkill gemacht? Du! Nice! Ich hab schon wieder 3er-Kill gemacht. Ich hab's in die Art weggestript. Oh, ich hab ne Kiste bekommen. Echt? Du hast sogar Highlight bekommen? Oder hast du geskippt? Ja, für das! Geil! Das war echt ein geiles Play von mir, also es war auch mega lang, aber ich dachte mir so, da kommt auch ein Schlimmer. Zock! Boah, nice! Und jetzt sind die 3 weg. Wir sind richtig durch, also. Durch den Bauch. Perfekt. So, noch 2 Wins und ich hab die nächste Lootbox. Ich hab den jetzt in unserer... Ja, deswegen 9 Wins machen pro Tag, da hat man 3 Boxen und dann ist es schon mal okay. Wenn man Spaß macht, kann man halt noch mehr spielen und Ranked spielen und die anderen Modes. Und jetzt sind wir alle so gut. 3, 2, 1, los! Geil! 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 Ich hab verkackt Nice Ihr müsst beide carry'n, ich hab verkackt die Sonde Pass auf die haben Sniper irgendwo Ich weiß wie du Meckers meint und Sniper Weil es hier keine Karte gibt, ich dachte nämlich gerade das für der Gegner Warte wir bleiben zusammen Ist schlauer Ich geh jetzt wirklich nur um zu killen, du musst jetzt nicht irgendwie einen Punkt einnehmen oder so Nein, nein, einfach nur killen Immer, immer das, Meckers Lass dich bitte nicht Sniper, wenn irgendwo ist ein Scheißsniper Da, 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 kill sie, kill sie, kill sie Im Nahkampf kann die nichts Nice Schon vielleicht schiss, bis sie den Kopf einziehen sollen Äh, aber es bleibt über nur noch Mei Ähm, wenn du noch eine Minute verbleibst, dann siehst du sie Die, die ist irgendwo bei sich im Spawn Und es gibt zur Zeit einen Bug mit Mei, dass man sich vercampen kann Ähm, so dass sie ein Unentschieden nachher rauskommt Also geh zu irgendeinem Spawn und such sie Ich versuch das nämlich, der, genau Der Glitch geht nämlich nur um Spawn Ist sie schon mal nicht? Gleich, gleich werden wir sie sehen Gegner aufgedacht So Pussy, Pussy, Pussy Der Glitch, genau rein Boah, pass von Richtige Pussy Jaja, die, jaja, die versucht, die versucht den Glitch Hat sie geschafft? Hat sie geschafft Pass auf, die kann dich killen, die kann dich killen Ja, sie kann mich killen, Alter, wie unfair ist das denn? Ja, aber, aber du sie nicht Deswegen, lass uns entschieden, sie hat es geschafft Jetzt gibt es eine Abkühlung Dein Ultimate läst mich noch auf Pussy Das ist ja echt unfair Wie kommt man denn da rein? Ja, ähm, mit Mei kannst du die Eiswand machen Und dann glitschst du da rüber Tja Wenn der es jetzt jede Runde macht, ne? Das wäre echt mies Zu null, zu null Wählen sie ihren Helden Tja Die kriegt man da gar nicht raus, auch nicht mit Nein, nein Und, äh, Noobs gehen halt dahin und werden gekillt von ihr Sie können alle killen, aber sie treffen kannst du nicht Ja Auf der A-Hole A-Hole, Junge, richtiges A-Hole Auf der A-Hole Ich geh da jetzt direkt hin, damit die da nicht hinkommen Das geht nur an der Wand hier, ne? Das geht dann nur an der Wand, ja Also nur an Pass auf, dass du nicht gekillt wirst Blicke in die Iris Ich weiß auf die durch die Snatchen, da gibt's richtig auch nen Arsch Ah, ich werd aber gekillt schon Fuck Nein, die haben keine Magies mehr Fuck, du bist eins gegen drei Ja, die Runde sind Die Runde sind in Arsch Ich muss mir irgendwas ausdenken Ich weiß nicht, ich hab'n gefehlt Wenn ich schlau wär'n würde, nehm' ich voll umzingeln Aber mach'n mich Was, wo kommt jeder von mir her? Ja, klar Punkt, der Stand 0 zu 1 3 2 1 Los So Ich vergehe jetzt einfach, weil wir ein bisschen zusammenbleiben Ja, die sind auf der anderen Seite Ja Kommt einer 2 1 1 2 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 5 6 7 7 7 9 9 10 12 15 1 Fuck Ne, der gegen zwei Ja, ich hätte sie fast so behindert Du kann Nice, okay, du schaffst es, du schaffst es Genau, super, nachgeladen Jetzt ist sie low, jetzt ist sie weak Nein Wenn du kannst, dann Nein Wieso hat mein Restdick noch nicht funktioniert? Scheiße Fuck, das war klasse Das war klasse Ich hab's echt probiert Ja, mal rein Also können wir schon nicht mehr gewinnen, nur ohne Schienen rausholen? Doch, doch, wir können gewinnen Es geht immer bis drei Okay Hier, Heal für alle Nice Ich wusste schon Wenn die, wenn die, wenn die, wenn die in der, in der Form ist, wenn die Roboter kommut ist, ist sie immer voll schwach Da oben Okay Nice So Ich kann nur verglichen Ich wette, der verglichen sich wieder Da oben, da oben Das kann nur Mail Ist aufm Container hier Ja, ich komm raus Fuck Ich geh dann Tschüss Nice Komm, alle auf die drauf Nice Ich spiel nicht mehr nach den Regeln Du, Bitch Das könnte schon Fein Ja, fein im Match Ich hätte eigentlich schon längst gewonnen, wenn die nicht in der ersten Runde so einen Wiesen gemacht hätte Ja Dann hätten wir schon eins und mehr Das ist einfach richtig feige, weißt? Und mit nem Shooter Das ist das Stil, so Ich mein, mein Spielvideospiel Spaß zu haben, ne? So, und Das ist einfach nur Wenn man sowas macht Polizier trollen Scheiße, die haben Mich? Geil Pass auf, der kann nicht zerquetschen Nicht in engen Gängen bei ihnen am besten rein Genau das Was er zerquetscht hat Ah, Mist Nein, Scheiße Ja Wie meinst du zerquetschen? Äh, Reinhard, wenn du Der, der kann Der kann Der kann dich einer Wandsack quetschen Der macht das Sag ich mal so ein Stu Achso, ja, stimmt Jetzt siehst du's Jetzt siehst du's Weil er auch halt auch gewonnen ist Weißt, was du meinst Jetzt macht das nämlich Zack und Matsch Das ist eigentlich immer Sofort zu spielen Ah, ärgerlich, schade Ja Ja Nur wegen diesem Snitch-Move Ja Hui, fuui